Hallo und herzlich Willkommen zurück zu L.A. Noire. Wir sind inzwischen im Zentralrevier angekommen. Schauen wir es uns doch mal an. Was hier so los ist für Hörraum Nummer 2. Ach, das ist ja gleich der hier. Nehme ich doch. Oh, schöner Schnauzer. Na, das ist ein bisschen unhöflich. Na, schauen wir doch mal. So. Ein Chevy. Schön. Oh, blöd. Da waren wir gerade. Oh, das ist ein bisschen lang. Das Papier ist genug genug, Belasco, aber das Auto ist nicht dein. Dieser pinken Schliff ist eine Verkaufung. Ja. Ich sagte was. Okay. Ja. Ja. Und so. Und das. Ah, eine dieser Tage. Wo hast du das Auto genommen, James? Blöde es weg, Greenhorn. Du wirst nichts von mir bekommen. Aha. Ich glaube, das wiederum ist etwas, was wir... Äh... Du bist ein zwei-jähriger Loser. Wenn du mir etwas nicht gibst, werde ich den D.A. für das Maximum fragen. Du bist in zehn Jahren, Belasco. Küsse deinen Jugendlichen Glückwunsch. Hm. Ich will einen Deal. Du wirst ein Thema. Und wir werden sehen, welchen Deal du wirst. Mein Job ist, die Fahrzeuge aus dem Staat zu fahren. Nevada, Arizona, manchmal New Mexico. Aber das Papier, das sie verbringen, ist normalerweise ein Brems. So, äh, Verbindung zu Archer. Does the name Gene Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Hab ich denn... Das ist hier, äh, Kollege Hinkebein, der mir gegenüber sitzt. Selber Adresse und wir wissen, weil wir da waren, dass die Adresse falsch ist. Ergo ist auch, äh, na, dieser Fahrzeugkrieg falsch und steht in Verbindung mit dem Fahrzeugkrieg. Na, diesem Fahrzeugkrieg. Und das gleiche, das Gesicht. Du bist ein Lier, James. Sag das wieder. Ich erzähle dir die Wahrheit. Ich weiß nicht, dass ich die Brot. Äh... Ja. Ja, komm. So, das ist warum Sie beide haben die gleiche Adresse printed auf Ihren Pinkslips. Sie ist eine Mühle für diese Stolen Vehikel, genius. Same als Sie. Jesus. All right, ich weiß sie. Stupidest Brot I ever met. Always cook auf crazy Schemes. Ich weiß nicht, warum diese Leute benutzen sie. Du bist jetzt? Hallo. Was passiert mit den Fahrzeugkriegen, wenn sie über die Städte laufen gehen? Ich weiß nicht. Ich versuche sie einfach. Du weißt mehr. Ja, wir haben da nichts weiter. Wir wissen es. Das ist nicht mehr. Give me something, Velasco. Or I'll take you back to the sales and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Oh, neue Frage. Schon Autos im Lagerhaus? Was ist ein Lagerhaus? Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Ich hab auch da nix besonderes, ne? Ja, das ist ja auch sagen. I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. And so will the B.A. Das ist doch schön. Gordon Lightball. Here. I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Okay. I was married by a judge. Ich schätze mal, dass die da irgendwie bezogen worden sind. Wahrscheinlich Mitarbeiter, sage ich jetzt mal so, ohne dass ich wirklich Ahnung hab. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Hm. Hm. What do you want to see me on this wall? Hm. Fahren wir doch einfach mal zur Markieterrugerei direkt, oder? Oder in diese Industrial Street. Okay. Nehmen wir die. Ja. Wir haben auch irgendwie hier gepackt. Bel, your GTA-Suspect Gene Archer? Spotted by a Patronman. Western Union Office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Okay. Wo? Äh. Moment. So, jetzt aber. Kumpel. Ja, ich bin ja schon unterwegs. So, ah ja. Guck an. Western Union. Kennt mal. Waren wir schon mal. Ach, die Junge da, oder? Take a little while longer, Madam. It's quite a lot of money. What is taking so goddamn long? Give me my... LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? That could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for a black and white. Just my luck. To get the only hair shirt cop in the LAPD. Ja, nee, so is it nicht. So, schon mal. The call you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Irgendwie schade komisch. Sure the commerce. Yeah, sure the commerce. Jean, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They pay me 50 bucks to drive the car. I made two grand selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Yeah. Er hat ja schon zugegeben, dass er sie kennt. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I... Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Yeah, um... Wo is er, wo is er, wo is er? You want to sharpen up the light of me, Gene? You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Tell me, where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Nein. Please. What have I got to do? Das zweifle ich auch an. Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse, full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring, who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. I like our partner, Stefan. Well, I think he's going to do it. He's going to do it. He's going to do it. He will be able to drive a car. Well, where are we now? Da, wo wir jetzt tatsächlich eben schon hinwollten, und zwar die Markei-Druckerei. Wo ist unser Tef-Tef? Da steht ein Telefon. Können wir telefonieren? Nee, ne? Egal. Eja. Fahr halt zu, Kerl. So. Schauen wir mal, wo ist denn das? Wo sind wir denn? Wir sind hier. Die Druckerei ist da herüben, gell? Okay, da fahr ich denn wieder am g'schätesten. Noch da und dann rechts. Aber das krieg ich wohin war. So, und einmal wenden. Und dann gleich rechts und die eins, zwei, dritte links. Merke ich mir das? Wer glaubt's? Wer glaubt's nicht? Ich grüß mal in einen Moment. Wieder. Jungs. Jetzt nicht. Jungs. 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 Das ist mal ne Aussage, die... Jungs. Die Schausgleich. ...die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ähm so... Was ist das hier? Hier also... So, schauen wir mal, wie ist der? Irgendwas mit Vogel oder so? Irgendwas mit Vogel. Naja, fast Gordon Lightwall war es. Okay, alles klar. So, schauen wir doch mal. So geil. Ich komm, ach doch, ich wollte gerade behaupten, da komm ich bestimmt nicht hoch. Und was kann ich für euch, Herr Präsidenten? Ich bin ein Trafikdetektor von der Zentralen Division. Wer ist hier in charge? Ich bin Gordon Lightwall. Was ist das denn? Wir verstehen, dass eure Firma Kalifornien-Vehikel-Titel schreibt. Ja, ich habe die Regierung-Kontrakt, um die Pink Slips zu schrauben. Ich habe das für einige Jahre. Haben Sie noch keine Gäste oder Geräte stolen? Wir sind auf die Stolen-Karte mit ziemlich legittimiertem Papierwerk. Wenn nicht nur noch nicht. Haben Sie die Forger? Es gibt keine Talente-Talenten-Artisten in dieser Stadt. Wir halten es in Ordnung. Wir haben ein paar Fragen für dich, Herr Lightwall. Egal. Mr. Lightwall, we're currently working two auto-theft cases. Do you know anything about a car-theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Du hast was zu verbergen. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightwall. Well, you better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car-lots were selling blank documents to a criminal organization. Fahrzeugschein-Lieferungen. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. What? 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 Der hängt da mit drinnen. Sag's euch, der hängt da mit drinnen. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good. And that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightwall? Who would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium? It's a little out of the ordinary, detective. I'm not sure I can share those sorts of records. What is this? Der hängt da so mit drinnen. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well. But this really is irregular. Over here. Dann schauen wir doch mal nach. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Schau mal, fang mal bei meinen Namen an. Datum, Wurscht, Order. Ach guck mal. Siehst du da den Namen? Bigelow, so wie ich. Da ist nochmal ein Bigelow. So, was mach ich jetzt? Hab ich da drauf? You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. Ah, das sind zwei Orderen gehabt. Sorry to bother you, Sir. We'll let you know if there are any developments. Na, guck an. Sehen wir hier noch irgendwas? Stefan, geh er aus dem Weg. Ne, wirkt so grad nicht. Oder fahren nicht so. Na gut, pack ma's. Kann ich mal einen LKW fahren? Sch- Entschuldigung. Eieieiei. Eieiei. 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 Wo muss ich hin? Also vielleicht sollte ich erstmal, ähm... Schauen wo ich sind. Ja, bleibt. Ach so, da waren wir grad. Jetzt haben wir Industrial Streets zum Bigelow. Gucken wir nicht nochmal auf die Karte, sondern... Ich kann ja auch. Ja, das bin ich, weil ich mir langweilig ist. Ich würd gern mal... Echt machen. Gerät nicht. So, und fallen nicht so auf. So klingt, wenn man fährt, das ist die Chance, dass ich kein... äh, baue damit umso höher. Verstehen? Aber überhaupt nicht sicher, ob ich zu verstehen bin. Vielleicht. Wir müssen ja dann erfahren. Wo soll, da sind wir? Okay, wir sind hier und... Ah, hm. Ich fiederzählen muss. Ich kann, ich werde und... Hm. Dann. Hm. Ich würd sagen. Ich fahr da jetzt einfach hin. Dann. Ja. Können wir. Ich werde ein neues Auto organisieren. Ähm. Ähm. Wir sehen uns auf jeden Fall dann das nächste Mal, wenn wir, äh, wenn ich hier wieder spiele. Und, ähm, ja. Bis dahin. Bleibt mir gewogen. Ich wünsch euch was. Gibt's euch Servus und habe die Ehre. Ja. Ja.